Freunde, ich habe mir die wohl meist gehaltenen Nudeln auf TikTok geholt. Ich werde die heute für euch probieren und sagen, wie gut die von 1 bis 10 schmecken. Let's go! Als erstes packen wir die mal aus. Let's go! Das sind die Nudeln. Dann haben wir hier zwei Gewürzmischungen. Let's go! Die Nudeln geben wir hier in kochendes Wasser. Das habe ich schon mal schön vorbereitet. Und darin kochen wir jetzt unsere Nudeln für ein paar Minuten. Das Ganze lassen wir jetzt für einige Minuten kochen. Danach nehmen wir das wieder raus. Die Nudeln sind jetzt gekocht. Da rein kommt jetzt das Pulver. Let's go! Und natürlich noch die Soße. Let's go! Die geben wir auch drüber. Das Ganze können wir jetzt gut verrühren miteinander. Und so sehen die zum Schluss aus. Ich bin wirklich richtig gespannt, wie die schmecken. Gönnt euch, sie sehen auf jeden Fall wild aus. Geschmackstest. Sehr geschmacksintensiv, leicht scharf. Ich gebe einen Nudeln.